Wow, Brexie, wir sind wieder bei Bake the Baby hier! Juhu! Das hat so viel Spaß gemacht, komm schon, lass uns eine Runde spielen! Und zwar werde ich heute das beste Baby der Welt und du bist der böse Vater diesmal! Wo wollen wir spielen? Wir spielen Kaffee auf dem Dach! Okay, zwei gegen zwei. Oh Mann, wir sind in der Pizzeria. Ich bin ein Baby! Baby, 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 Baby! Du kriegst mich niemals! Ich fange so tief! Niemals! Bist du sicher? Ja! Nein, ich wurde erwischt! Och Mann, ich bin im Ofen! Das ist voll unfair! Meine Freundin muss mich rausholen! Meine Freundin ist... Wir haben gewonnen, sie ist runtergefallen ins Wasser! Das ist voll unfair, aber jetzt bin ich der Pizzabäcker und ich sehe dich, Brexie! Oh! Komm her, du stinke Bubz! Komm her, du stinke Bubz! Das ist meine Freundin, wieso bin ich... Hä? Haha! Ich hab deine Freundin! Ha! Ich werde sie jetzt in den Ofen packen! Boom! Runde gewonnen! Aber wieso? Das macht da keinen Sinn! Hä? Rudi, was machst du da? Ey, die hat mich eingefangen in der Luft! Mann, das ist voll unfair! Ich wollte da weghechten von euch! Sie hat mich befreit! Tschüss, du Blödmann! Wo gehst du denn hin? Ich bin unsichtbar... Hm... Ich hab nämlich Abilities und kann mich unsichtbar machen, denn ich bin der Beste! Wo? Sie hat mich gefangen! Wie schnell fängt sie mich denn? Wo ist deine Freundin, Odin? Sag ich nicht, sie ist versteckt! Und dann warte ich einfach auf den Ofen auf... Tschüss, du Blödmann! Ah, deine Unsichtbarkeit! Pfeffernuse, 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 Pfeffernuse... Ja? Ah! Sie hat mich schon wieder... Wir haben nicht! Das ist so unfair! Die... Die cheatet, Brax, hier! Deine Spielerin! Nein, die cheatet nicht! Doch, die cheatet immer! Wir haben gewonnen! Hä? Ha! Gewonnen, gewonnen! Mein Siegestanz, hast du den gesehen? Das ist voll unfair, Odin! Kommt her, ihr kleinen... Kleinen Babys! Ich werde dich aufessen! Ich werde eine Pizza-Barberoni mit dir machen, Brax hier! Du findest mich eh nie! Mann, ich hab keine Abilities mehr! Wo bist du? Du findest mich nicht! Na, warte! Ich bin hinter dir! Ich bin unsichtbar! Du doofkopf! Bist du dir sicher, Brax hier? Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich werde unsichtbarkeit! Ich war hinter dir! Nein, 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 nein! Brax hier! Hä, du laufst mir nicht hinterher! Ich lauf dir hinterher! Ich bin doch hinter dir! Ich bin hinter dir immer noch! Bist du nicht! Brax hier! Ich hab dich! Nein! Aus dir mach ich jetzt eine Pizza-Pepperoni! Das war unfair von dir! Wir haben verloren! Ich hab gewonnen! Lass uns in die nächste Runde, Brax hier! Das macht voll viel Spaß, Leute! Und falls du auch mal Big the Baby mitspielen willst, dann musst du ein Like und ein Abo dalassen! Komm schon, jetzt gehen wir aufs Dach! Oh, oh, oh! Das Baby! Mann, das hat da die Tür zugemacht! Oh, ich muss schnell weg! Brax hier, wo bist du? Sag ich dir doch nicht! Tschüss! Komm her, du Blöde! Ich hab' ihn gesehen! Oh, da hinten! Er ist von Dach zu Dach gesprungen! Nein! Ha! Wir haben dich erwischt, du Blödmann! So! Wo hat meine Freundin? Deine Freundin ist bestimmt irgendwo versteckt! Die find' ich jetzt! Wo ist sie? Baby! Ich hab' Süßes! Ich! Da war grad' ein Baby, oder? Nee! Wo ist denn deine Freundin? Wir gewinnen! Nein! Komm schon! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Nein, nein, nein! Sie hat ihn befreit! Und wir haben gewonnen! Mama, wo war sie denn? Oh, es gibt wirklich versteckte Räume hier, Udi! Ich weiß, da bin ich jetzt auch grad' drin! Ja, gerade, aber nicht mehr! Ah, nein! Ich wurde erwischt, Brexie! Du wurdest erwischt? Sie cheatet! Ja, deine Freundin ist voll blöd! Mann, Leute! Ihr müsst mir echt helfen! Oh, oh! Seid mir befreit! Oh, tschüss, Brexie! Tschüss! Ich bin an dir vorbeigelaufen, du Blödi! Blöd, Mann, Blöd, Mann, Brexie ist ein Blöd, Mann, Brexie ist ein Blöd, Mann, heul, Suse, Pfeffernuse, heul, Suse, Pfeffernuse! Wo bist du, Udi? Ah, versteckt! Hm, bist du im Geheim versteckt? Ja! Oh nein, oh nein, wir müssen dich finden! Ha! Ich bin mit meiner Freundin! Und wir chillen hier! Ah, das seid ihr ja! Hallo, Brexie! Na? Tschüss, Brexie! Nein! Oh, Mist! Dumm-Badz, Dumm-Badz, Brexie ist ein Dumm-Badz, denn wir haben gewonnen! Gewonnen! Oh, Leute, das Spiel macht so viel Spaß! Hä? Wie schnell hat sie mich denn bekommen? Das ist unfair! Das ist gar nicht unfair! Sie hat Schnelligkeit! Na und? Wir haben gewonnen! Sie hat beide eingeschlossen! Ich habe diese Runde nicht mal was gemacht, Leute! Oh, danke, dass ihr geliked habt! Nur deswegen habe ich gewonnen! Äh, Mann, ich konnte nicht laufen! Ja, jetzt bleibst du hier, Udi! Na warte, Brexie! Meine Freundin wird mich schon retten! Wenn wir ja sehen, ich suche sie! Und meine Freundin wird zu lange auf dich aufpassen! Oh, nein, ich bin gleich ein verbranntes Baby, Leute! Oh, es ist so warm! Ich wurde verbrannt! Wow, sie hat euch ausgetrickst! Ausgetrickst! Hat sie euch! Ja, aber nicht mehr lange! Mh, sicher? Mhm! Weil ich sie finden werde! Meine Freundin hat den besten Trick! Deine Freundin ist blöd! Wir gewinnen wieder! Haha! Nein! Wenn meine Freundin... Tschüss! Man, sie macht immer das Gleiche! Oh, Mann, sie hat sich aufgeschnitten! Hä? Mann, deine Freundin ist viel zu schnell! Das ist unfair! Das ist gar nicht unfair, Brexie! So, wo ist denn mein kleiner Brexie? Oh, du bist ja hier! Oh, du Camper! Ich bin kein Camper! Ich warte nur, bis deine Freundin kommt! Und du bist gestorben! Ha! Ich guck sie niemals! Wo ist sie? Oh, sie ist so blöd! Sie ist runtergefallen! Yippie! Wieder gewonnen, Leute! Oh, das macht so viel Spaß, Brexie! Bist du bereit für ein Eins-gegen-Eins? Okay, komm! Komm mit! Wir müssen hier nach hinten! Oh, warte mal! Ich hab doch Geld, Brexie! Vielleicht kann ich mir was Cooles kaufen damit! Du hast recht! Ich hab Babypunkte! Schau mal! Wir können uns Babys damit kaufen! Wirklich? Ich kaufe ein Krokodil! Krokodil? Hier! Ich bin ein Krokodil! Ich kaufe mir die Ente! Ah! Quack, quack! Quack, 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 quack! Okay, Brexie! Eins gegen eins! Komm schon! Hier hinten! Ich seh's! Ich komme! Ha! Ich bin drauf! Ich gegen dich! Mann gegen Mann! Oder Baby gegen Baby! Stimmt! Baby gegen Baby! Welche Map nehmen wir? Alle sind schwer! Such dir aus! Ich nehm den Flughafen! Okay! Hallo! Tschüss! Ich bin weg, Brexie! Du kriegst mich niemals! Wirst du das? Tschüss, Brexie! Oh nein! Ich beiß dich gleich! Aua! Ach man! Ich bin wie in einem Ofen! Ich muss schnell weg! Komm her, du kleiner Pupser! Du Pupser! Bist du unsichtbar? Wo bist du? Komm doch! Bist du auf dem Flügel? Nein! Mann, wo bist du hin, du Blödmann? Das verrate ich dir doch nicht! Find mich doch! Haha! Du wirst mich niemals finden, Moni! Bist du unsichtbar? Nein! Versprochen, ne? Versprochen! Ich bin nicht unsichtbar! Ich bin auch nie gebrochen! Wird auch nie gebrochen! Mann, wo bist du? Oh man, Leute! Brexie ist richtig gut versteckt! Komm her, du Blödmann! Ich will... Ah! Du warst wirklich draußen! Na gut! Tschüss, Brexie! Ich bin aber nicht so sicher! Ich krieg dich noch! Nö! Ich krieg dich! Tschüss, Brexie! Oh man! Du hast mich veräppelt! Mach die Tür auf! Hä? Haha! Ich hab deinen Trick! Nein! Und jetzt hab ich dich! Nein! Oh man! Das ist so ein blöder Trick gewesen! Lass mich... Lass mich raus! Haha, ich bin besser als du eins gegen eins! Dich macht das keinen Spaß! Wir gehen wieder ein schnell spielen! Und ich werde wieder mein altes Baby rausholen! Wo ist denn meine Baby? Hier ist mein Baby! So! Hm... Wir gehen auf Hochsee, Brexie! Okay! Das wird richtig cool! Ich bin dein Baby! Tschüss! Tschüss, Odi! Ich bin ins... Bye! Ich bin ins Wasser gesprungen! Wie so ein Blödmann! Hey, guck mal! Da ist Dora! Haha! Okay, Odi! Up! Dora! Dora, bleib stehen! Nö! Sie ist weg! Haha! Bleib stehen, Dora! Und tschüss, Brexie! Sie hat dich ausgetrickst! Haha! Und rein mit ihr! Oh, du hast Dora! Blöde Dora, komm! Ruhig, komm! Wow! Ha! Da ist das nächste Baby! Ich glaube, ihr habt verloren! Ich glaube auch! Och, Mann, ey! Weil ich ins Wasser gefallen bin! So blöd! Tschüss, du dumm Kopf! Wo bist du, Blödmann? Oh! Komm her, du Stinker! Nein! Brexie! Aua, 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 aua! Schnell da rein, du Blödi! Aha, das war unfair! Na, warte, du Blödmann! Denkst du, die befreien dich? Ja, ich bin befreit! Nö, ich hab noch ein Baby! Mann! Baby! Oh, nein, nein, nein! Ich muss hier reinstecken! Ja, Leute! Bist du befreit? Aha! Wirklich? Ah! Nein! Brexie! Wir haben gewonnen! Lauf, lieber Lauf! Ich bin schon wieder ins Wasser geflogen, Brexie! Warum bringst du denn immer ins Wasser? Und das passiert mir immer aus Versehen! Ha! Hab Dora gefangen! Du hast Dora gefangen, du Blödmann! Rein mit dir! Jetzt fehlt nur noch ein Baby! Oh, oh, er muss alle retten! Ja, er hat jemand gerettet! Und du hast ihn erwischt! Und wieder rein mit dir! Das ist voll blöd! Und Dora... Oh, Mann, Dora ist ins Wasser gefallen! Ich seh'n Baby da oben! Hallo, Brexie! Komm, wir haben ein kleines Schatz! Wir sind Freunde! Nö! Wir sind Freunde! Du bist ein Baby und ich... Oh, Mann, du Blödmann! Du kriegst mich niemals! Ist du dir sicher? Ihr kriegt mich nicht! Ihr Blödmänner! Komm doch! Ich hab'n Baby! Und rein mit dir! Mann, ich bin ins Wasser gefallen! Das ist mir auch schon passiert! So, wo ist das nächste Baby? Babys! Oh, Mann, da hat jemand jemanden befreit! Oh, das ist so gut! Die spielt das so gut, Udi! Nein, die spielt das gar nicht gut! Doch, die spielt das nicht gut! Ich erwisch die jetzt! Ihr habt gleich verloren! Nein! Oh, Mann! Komm her, da ist das Baby! Es ist grad hier reingerannt! Zehn Sekunden! Udi, du läufst daran vorbei, sie ist hinter dir! Wirklich? Ja, wirklich! Wo? Jetzt ist sie weg! Oh, Mann! Du bist ein Dussel! Sie haben gewonnen! Oh, Mann, ey! Sie ist echt richtig stark! Mann, ich hab'n wieder verloren! Leute, ihr müsst mir echt helfen, mal hier bei Bake the Baby zu richtig zu gewinnen! Stimmt's, Briggs hier? Stimmt's! Bist du wieder da drauf? Sag schnell! Nein, ich bin hinter dir! Okay! Aber Freunde, wenn ihr mal mitspielen wollt bei Bake the Baby, müsst ihr jetzt ein Like und ein Abo dalassen! Das wär' voll cool! Und natürlich meinen besten Freund Briggs hier abchecken! Der macht auch richtig coole Videos! Und nicht vergessen, hier oben sind nochmal richtig coole, spannende Videos! Tschüss!